ich profi werde jetzt nur spielen und stream man müsste es halt wirklich mal wenn man mit vier leuten das spielt das mal ist halt wirklich mal streamen er die Kinder die Kinder ein Wort weil wir dieben zwei Bord sicherlich gut die Art der das war sein aber a bei unruf für freilich äh der heißen haben diesen eigenen Namen ich weiß Ringo Ringo ist sauer ich halte es in der Anleitung das ist wirklich bei mir leckt FPS Einbruch ah natürlich hat er natürlich hat er hey wie gehts ähm er hat aber irgendeine Medaille ja moin Digga deine meine Flipkarten Alter ich hab schlimmere Karten bei dem Flipding als ach scheiße aber ich denk immer das ist immer dieselbe ist es aber nicht äh und uns allen ja wir sind nur zu zweit aber ja ja er fechtet es einfach an was für Maschine ja blau und grün 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 ist türkis zu zweit ja wir sind zu zweit wir springen hier gerade in zwei gegen zwei das eine ist ein Botch und das andere ist ein Kerl der einfach mit dazu gekommen ist also einfach mit dazu weil wir halt einfach eine offene Lobby haben mit den Leuten im stream mit Lea die im stream sitzt achso genau genau die soll ich das auch mal ja kann sein mitspielen er hat kein türkis ok ich habe mir nämlich genau die farben angeguckt das ist grün grün ist okay nicht immer nicht immer kommen die 2000 auseinander ich brauche langsam nur ja dann hol doch das ist das ist wie viel kostet das 10 euro 5 euro kostet das auch noch mal 10 euro beides und flip und uno kosten zusammen zehn euro und nur fünf gigabyte oder so da muss ich noch mal spielen die drei doch gott alter hätte ich die 1 die 1 was sie immer hoch haupt o so hoch hat die unge der fans wie ihr seien reinget verhaar aber gehört ja natürlich die dummste Karte natürlich 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 die auch er war es einmal durch drei mal ausgesetzt es ist so dumm das Spiel auch gut ich guck er hat nur lila und pinke Karten ey cool das weiß ich na geil die Karte feier ich irgendwie die plus zwei Wünsche die feier ich was macht er jetzt der kann doch liegen, save ja klar aber wenn er nicht liegen kann weiß ich auch nicht dazwischen liegen ich spiele zusammen ich bezweifle dass ich mit dir zusammen spiele und nicht mit ihm ich denke ja ich habe nur plus eins und keine eins ja genau ach gott alter was für ne arsch fatze ach so keine neuen doch hast du für den grün ich hab ne 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 ach gott das war so safe klar dass er blau hat hat er blau? er hat sich blau gewünscht du bist dran ne? wieso hat das so lange gedauert bei mir ist das immer hinzu nein nein ich wollte wissen ob er blau hat oder nicht ob du der Meinung bist dass er blau hat oder nicht er hätte sich kein blau gewünscht nein vielleicht hat er nur eine blau und möchte sie loswerden scheiße ja genau digga ja genau digga und ich glaube der hat sogar noch blau er hat sich blau gewünscht was für ne arschkarte und du kannst noch eine ziehen das ist die größte scheiße hä wieso? du da äh du kannst bei un und flip kannst du nur einmal ziehen irgendwie nein 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 das habe ich ausgestellt ich habe das in den regeln so angepasst dass ich äh dass du nur dass du nur einmal ziehen musst einmal ziehen kannst und zu behalten oder nicht ja nur zwischendurch ist wahrscheinlich egal ich höre guter das war klar dazwischenlegen das bringt überhaupt nichts na doch das bringt schon was ich habe keine plus 1 ah scheiße oooh natürlich ja moi digga einfach bei dem plus 1 ich meine ringo hat noch einmal plus 5 ne digga das ist lächerlich aber das ist doch lächerlich hallo er hat noch eine plus 1 wenn naja schade ne ein Junge was hast du für Fekern da war ja auch keiner auf um auf rot auf rum zu zwischen ey der will mich doch verarschen der hackt doch ey das ist doch lächerlich der hackt doch der Junge hallo du bist eine gelbe Karte hallo hallo he 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 hallo jao jao wahrscheinlich digga der wird blau oder so wahrscheinlich er hat die grünen wahrscheinlich ist das jetzt natürlich hatte er grün also zirkieses grün gut türkises grün ja das sagtest du bereits schon mal gut gut zu wissen ich weiß aber nicht was gelb ist ich guck da nicht drauf scheiße ich hab's verpasst wahrscheinlich digga was brauchen wir in blau ne oder soll ich auf rot gehen ist mir egal ich gehe auf rot lila ist rot moin meister ich habe eine plus fünf scheiße ich habe nicht gesehen was die haben ich glaube der eine hat aber eine plus fünf ich bin mir sicher wer aber einer glaube ich von denen hat plus fünf ja gut dass ich die nicht gespielt habe jetzt hat er keine plus ich glaube orange ist gelb ne guck mal guck mal ne ja jetzt warum habe ich kein udo challengen können warum habe ich kein udo challengen können oh mein gott also bedenke er hat blau ja wir dürfen nicht weg sind ja wir dürfen nicht weg sind ja wir dürfen nicht weg sind ich kann halt soll ich flippen ohne orange ne ich hab nur noch die Person ich hab nur noch die Person hm mach Farbe orange orange oder ne äh nur pink und lila ach scheiße was ist der für in der Kaffe hast du es gesehen ne hab ich kann einfach jetzt vor die UNO ich hab UNO einfach nicht gesagt ja moine jo ich hab ne plus zwei und die grüne ist Dings ach ja ich hab schon die Video ohne vergessen grün das ist so klar äh hast du da gehört wieso kriegt er ne plus zwei wieso kennt der das auch noch äh versteh das Spiel nicht ja wow äh mal schauen nach nein das war die plus fünf kacke ich hab ihr genau angeguckt welche die plus fünf ist haha einfach nochmal wegs anderes haha naja ich kann ja nichts anderes ja halt gut ich hab keinen Sinn ja moin blau hab ich das ist auch blau stimmt blau ist es ne ah gott das ist grün wenn wir so ne plus eins sind kann er gar nichts machen ach der hat noch ne plus fünf gekriegt alter digga wie viel Glück die auch haben die können aber nicht wechseln keiner hat ne wechselkarte glaube ich außer ich vielleicht und du vielleicht auch ja ich zieh einfach nur scheiße oh ne aussitzen ach du hast auch einer gut haha wir haben wir haben einen Gegner bekommen der wird erstmal aussitzen der kommt rein der wird erstmal aussitzen oh du hast grün das ist gut welche 500 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 100 nehmt auch nur 28 achso wenn du hintereinander gewinnst dann bekommst du mehr punkte ah ich hab wollen die geile was hättest du gerne gelb hätten wir ich hab safe flow gelb ne ja gelb rot oder grün ja ich dachte ich durfte noch nicht eine runde machen ich lasse euch jetzt alle aus jetzt okay und die 3 das ist so dumm dieses spiel ich hab 100 actionkarten schon benutzt jetzt ist ja hauptsache es geht genau in die falsche Richtung geführt hast du plus 5 nein soll ich riskieren oder soll ich nicht riskieren ne mach flippen deine plus 5 ist die 3 die gelbe 3 ok und ich kenne das ist so dumm das ist nicht nein natürlich ich kann ihn aber nicht aus ich habe einige ah klar er hat keine mehr auf der jungen maschine was überstellt das war die weg von mich haben einige wahrscheinlich ist das erste wurde sie gut dann kann ich gleich auf dich drüber springen oder wir bleiben jetzt einfach ohne mit glück legt jetzt in die karte die zu dir passt ja oder er liegt oder er liegt einfach der karte die dich auch aus gott alter du kannst noch erweitern nein ich nicht wahrscheinlich musst du jetzt seit 43 14 ja er hat aber eine er hat aber eine doch er hat eine sonst hätte es nicht so lange gedauert wahrscheinlich ja die sind aber auch viel höher als hier von der will ja wir sind beide fünfer naja hier wir haben sie ja fast diese im karten Junge was hast du ich finde das ist voll die krassen karten schade dass ich diese plus 2 nicht legen kann das ist voll die krassen karten da drauf nein 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 siehst du siehst du siehst du hier das ist eine scheisse euro wie ich auch jetzt ach Junge einmal wünschen oder oder gelb legen Junge du hast so krasse karten da drauf ne alter Schwede Junge die neun ok grün soll ich grün 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 ich nehme erstmal gelb oh hä siehst du das verstehe ich schon wieder nicht ich habe gelb ja ja aber wenn wenn ach die hälfte muss sein die mindestens die hälfte muss gelb sein dann natürlich muss ich ne karte ziehen ne du musst gelb in der hand haben wenn du kein gelb in der hand hast dann äh zählts nicht ja moin ich hab einfach 2 plus 5 ach die wussten das deswegen macht der das jetzt scheiße der weiß ist halt extrem äh ich glaube aber die haben keine ja danke dass ich nochmal aufsetzen darf ich darf nicht eine ohne spielen manche suchten das spiel aber auch durch ne hast du es mal gesehen nein habe ich noch nicht gesehen ne unge die sind irgendwie 50 und 7 oder so naja wer muss denn so lange so ne 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 Shit capture ein bisschen lange wcp r sh great holding heart gesundheit er IC eine er hat keine sie haben jetzt einfach beide 11 Karten ist ja okay ja d das ist mir jetzt nicht oh du ziehst du auch rohge so länger die und die Karte überhaupt nicht zu dazu verfügbar zu dem ganzen Ding ja auch so ist mir scheißegal ich bin eh nicht ich hab kein Junge ich hab keine 1 was ist denn da ich hab 2 8 ach Gott alter oh du hast ein Flipper was hab ich denn in der Karte oh ich hab keine Karte die da drauf fassen doch ich hab eine 2 ach Digga und ich er hat einfach ne Wünschkarte ja du hast noch mal du sieg deine 1 hä keine Ahnung wie ist es denn oh Junge ich hab aber auch nichts was da reinpasst ne ich muss da ja umspringen ich muss auch keine besmartin ja er war wieder zurück er war wieder zurück hohohohohohoho ah ich geh jetzt demands bitte irgendwas gutes bitte irgendwas gutes amanem fish baaa wiepoint nichts nack auch Junge die hängen hier irgendwie komplett fest ja wir haben keine Karte die dazu passt wir haben einfach die kompletten Gegenteil Karten er hat die komplett rot auf der anderen Seite guck mal jetzt haben wir haben einfach beide... oh du hast einen 6 ist gut wir sind bei der letzte Karte feiere ich eh nicht Unu mach Unu Unu Aaaaaah wenn er jetzt pink liegt dann hast du gewonnen ach siehst du das meine ich doch ich will Glück mal haben können mach irgendwas ja ja siehst du du hast kein Unu gesagt du hast kein Unu gesagt ich konnte auch kein Unu sagen ich hatte nicht die Möglichkeit Unu zu sagen ja weil du ausge... ja du hast die Karte ja das finde ich super das ist Ehre genau hat er irgendwas gutes für sie? ach Junge ich zieh nur pinke Karten das ist so geil eh das ist so geil eh einfach nur pinke Karten ziehen oh das ist ne 9 das ist nicht gut ne 9 ist immer gut wenn er jetzt auch nur ne 9 liegt oder gar nichts das ist auch gut du hast ne 9 ja weiß ich ha hallo Aussicht hao hao ah die Karte feiere ich irgendwie auch und dann hat er nicht mal ne pinke ja mashallah ja sollen wir gucken dass wir noch weiter legen können? mach die 5 mach die 5 ja ja mein ich ja sollen wir gucken dass wir noch weiter legen können? soll ich flippen? ich hoffe irgendjemand kann zurück ich hoffe irgendjemand kann zurück kann irgendjemand zurück ich hab schon wieder kein Wunder gesagt ich bin so dumm ja oh wahrscheinlich ich krieg nur pinke Karten das flipp einfach ist mir scheißegal ne gelbe du hast ne gute Karte ich hab ne gelbe ich hab aber ne 4 grün 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 ehrenmann naja boom ja moin digga dass er aber auf grün geht und ich einfach die selbe grüne Karte hat wie du ah er ist raus er ist wieder rausgegangen schade wir haben keine guten Karten keine selben Karten meine ich guck mal auf meine Farben an alter hey Junge ne wenn die Farbe jetzt einmal auf den Mainz kommt ne auf orange oder türkis ne bitte 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 orange 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 Ehre. Jetzt nochmal das türkis, jetzt nochmal das türkis und dann den anderen. Das wollte ich nämlich. Und jetzt den anderen. Du hast nicht UNO gesagt. Ich bin so dumm, ey. Digga, leh, ach, jub, alter. Bitte. Hast du meine Karten gesehen? Siehst du meine Karten? Ja, sehe ich. Ach, Junge, er ist klar, wie er das hat zu dir gehen, ne? Aber ich glaube, das hätte eh nicht geklappt. Das hätte geklappt. Nee, das wäre nicht durchgekommen. Das wäre durchgegangen, jub. Du hast ja mehr als die Hälfte einer Karten sind ja die Farbe. Nein, äh, das mit dem UNO, der hätte irgendwas anderes hinterlegt. Oh ja, 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 hau raus. Bam, ich hab schon wieder kein UNO gesagt, ich bin so verhebt. Ach, jub. Sag UNO, drück erst die Karte, drück erst UNO und dann legt die Karte. Ich muss mich da erst einspielen. Ich werde aber die pinken Karten loswerden. Ja, oder orange. Ich muss sie ein bisschen verwirren. Hä? Junge, ich konnte UNO erst, ich konnte UNO erst danach sagen. Und ich hab's denn gedrückt. Das ist ja das Ding. Ich konnte es einfach nicht sagen. Ja, ja. UNO ist halt immer ein bisschen. Ehre. Soll ich mal flippen? Ja, mach doch. Soll ich anfechten? Nee, ich fechte nicht. Er hat, er hat... Hä? Das ist wieder unfair. Ja. Weil du hättest anfechten müssen, weil... Weil... Ja, aber das... Der hätten wir verloren. Ja. Der hätt ich auch zwei Karten ziehen müssen. Hä? Ich blick's nicht. Ja, der... Spiegel zu Ende? Ja. Ach ja, die haben Ponto bekommen. Wenn du diese Karte spielst, der nächste Spieler muss draw, bis sie die Farbe bekommen haben. Oh lol. Was? Ähm, also die Karte, dass du auf... Du musst auf jeden Fall ziehen, bis du, äh, eine Karte, die Karte bekommst, die, äh, die... der Spieler ausgewählt hat. Ja, ich hab... Wenn du die Karte hast, wenn du die Farbe hast, musst du halt nicht spielen, aber... Okay. Mach mal grün. Ich hab nur grün. Das ist so... Okay. Einfach ein ganzes Blatt grün. Ja, und er geht gleich wieder hoch, das ist so klar. Das ist so klar. Das ist so klar. Das ist so klar. Ja, das war so... Das war so klar, dass er sich ne andere Farbe... Grün, grün, grün. Ach, tut keiner holen sonst. Und der Kölig auch noch rot am Anfang. Ja, moin, Digga. Und jetzt gehst du in den grünen, äh, moin. Der hat noch ne Wünsche, Karl, oder? Und ich kann nicht wechseln. Aber ich kann auf eins gehen. Und verloren. Nein? Nee, das ist grün, glaub ich. Äh, wie... Wie viel Lack haben wir denn? Flip, 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 ich suche deine Karten. Anfechten. Ach, Gott. Hä? Das ist so behindert. Aber ich weiß, dass er 2 plus 1en hat. Das ist auch einer. Er nimmt wie ne Gelbe, das wusste ich nur nicht. Ich wollte gerade auch Uno anfechten drücken. Er hat noch ne... Grüne, glaub ich, war das. Jawoll. Er hat nur Türkis, Junge. Ja, moin, Digga. Einfach ne plus 5. Soll ich nochmal flippen? Äh, du musst nur Lida, das ist okay. Der... Orangenschutz, glaub ich. Mach mal ne andere Farbe. Haha, Lida. 6. Ja, flip, glaub ich, noch nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob das Lida zu grün wird. Oh, nein. Ja, verloren. Nee? Klai. Aussetzen. Woll, was ist das für ne Kackkarte, Alter? Das ist die größte Kackkarte, Alter. Und danach kann ich nicht mal spielen. Ich darf einfach nochmal ziehen dafür. Ich darf dann auch nochmal flippen. Ja, moin, du mit dein zwei Flipkarten da, ey. Ja, moin. Ich leg da nichts zwischen. Haaa. Ich hab damit auf sich nichts zwischengelegt. So, ich bin mir jetzt auch nochmal rein durch. Ich lass es mal. Mal das zu ändern. Ey, er hat da drei türkise Karten. Der kann nur Grün haben, glaube ich. Nein, das stimmt nicht. Das ist ja... Du mit deinen scheiß Flipkarten da, ne? Soll ich Grün halt fechten, ja, ne? Muss ich ja. Na toll. Er hat nur türkise Karten? Was ist denn das? Junge, er weiß, dass du kein Grün hast. Aber du hast ne Flipkarte. Äh, ne Flipkarte. Moin, Flipkarte. Ja, ja, Flipflop. Flipflop. Du hast ne Flipkarte. Naja, du musst flippen. Ich hab auch noch ne Flipkarte, sehe ich gerade. Soll ich mal zugeflippen? Äh, die drei ist meine Flipkarte, ne? Oh, neuer. Ich weiß nicht, hab ich nicht... Hat mir ich eben schon mal im Team... Hör doch mal auf. Und seit wann hab ich... Ja. Da, jetzt rieße ich die anderen Karten. Hm. Oh, die Kissen, ne gute. Oh. Das war auch ne geile Karte. Hä? Weil das ist ein Flip. Das ist ein... Das ist ein... Äh, wenn... Wir... Ja, wenn das passiert, dann haben wir die anderen Karten. Und die haben die Karten. Die wir... Sehen. Plus fünf. Nein. Er hat keine Plus fünf, glaube ich. Ja. Ja. Dann haust du jetzt deine Plus fünf raus, dann kriege ich Plus zehn, Digga. Warum? Ich hätte legen können... Egal. Nein. Ich frags nicht. Wenn er eine Plus fünf hat, dann... Ja, ja. Dann hab ich verkackt. Ich weiß. Aber... Lieder, Lieder, Lieder. Ey. Und deswegen hab ich's gemacht. Oh. Der hat keine Plus fünf. Was hast du denn gesagt, man? Oh, wir sind so knapp hinter den. Oh, Gott. Ja, wer das nächste Spiel gewinnt, gewinnt, ne? Die haben einfach einen 8er, ne? Ja, Moin, Digga. Einfach zwei Flipkarten dabei. Ja! Okay, musst du aussetzen. Ja, und du darfst eine ziehen. Aber ich hab erst noch Flipkarten, ne? Flippen? Ne, wir bleiben. Oh, okay. Ihr bleiben um. Okay, aussetzen. Du darfst nochmal aussetzen. Der hat auch aussetzen. Was ist denn das? Wie ist das nicht die 6 gelegt? Da hätt ich mal eine 6 auswählen können. Weil der Kerl so wenig Karten hat, deshalb... 7, 7, 7. Nooooh. Und du hast keine... Oh, du hast ne Ausrücktskarte. Blip! 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 Kannst du machen, wenn du willst. Gut. Aber wenn wir ne plus 5 haben, dann ist das wie gut. Ja, Moin, Digga. Ich hab immer wieder zwei Aussetzen Karten. Wenn das auf Pink bleibt, ne? Hab ich richtig Lack. Bitte, bitte, bitte. Ja. Bleibt auf Pink. Jaaaa. Dann packst du einfach die... Die jetzt... Die nächste Karte, dann packst du die beiden achten drauf, Digga. Ich muss halt UNO drücken, ne? Muss ich gleich sagen. UNO drücken, UNO drücken. Ich kann sie erst danach sagen. Das war das Problem gerade. Und du musst jetzt... Ja, am besten orange schwimmen. Ja, oder? Ja, das ist so klar, das Ende für... Ich hab doch gesagt, ich wünsch dir ne orange. Ich konnte nichts anderes... Doch, ich... Oh, lol. Stimmt ja. Ja, der hat ne flip. Er hat eine gelbe. Er hat eine gelbe. Er hat eine gelbe eins. Eine gelbe eins plus hat er, ne? Leg blau, leg blau, leg blau, leg blau. Er hat eine gelbe plus eins. Okay. Er hat eine gelbe plus eins. Er hat eine gelbe, ne? Ich rote, kann er eh nicht. wahrscheinlich gut er hat auch kein rot der eine hat die haben durch beide kein rot ja und ich habe auch nichts sieben kritisch soll ich die sieben legen ja musst du ja ich glaube ja dann haut das in der gelbe plus 1 rot ja ich denke das ich denke das weg hier und verkackt er hat kein geld so weit am kängig herr das ist das für eine frage ich kann nur eine karte spielen man hör doch mal auf ich hoffe wie oft hat er nun kann schon wieder ich das wahrscheinlich das ist so mein gott ja ich dachte schon das ist auch kacke ja er hat sich und dann er auch nur fünf 5 nein ja wahrscheinlich wir haben noch eine Runde zu spielen der eine ist 12 Digger Herr Junge, komm mal auf meine Karten an das ist noch eine 2 ich hab ne grüne und blaue das ist so ja ja, erger man, ich kann eh nicht spielen wenn sie von der anderen Karten ach Junge, ich hab schon wieder, ich hab auch schon mal die selbe Aussetzkarte das ist auch geil, ne? Boah, Junge, dreid doch oft immer, Junge jetzt ist noch eine Karte schon wieder, da denkst du dir auch nur wieder Fieber hey Junge, ich durfte bis jetzt einmal spielen in dem ganzen Game ich darf spielen, geil ja, ist kein gut, oder? ja, wenn er so lange überlegt hat, wäre das kein gut soll ich bloß 1? nein ne, immer, 3 oder so und erne 4, wahrscheinlich Junge, ich zieh die selbe Scheiße nochmal ey, das ist doch die größte Müllhalde, ey Junge ja, du hast auch 2,7 soll ich anfechten? mach doch, ist mir egal ja, wenn er eine Karte davon mindestens hat ne, das stimmt ja nicht doch, wenn er eine Karte mindestens hat von der Farbe nein wenn er die Hälfte davon wenn die Hälfte seines Blattes diese Farbe ist dann nee, der hätte doch gerade Dings bekommen denn hätte er gerade 2 oder 4 Karten bekommen nein, nein wenn die Hälfte seines Blattes wenn die Hälfte seines Blattes, ähm die Farbe hat, die er sich wünscht dann, äh, dann musst du aufnehmen hat er ja nicht jetzt spiegt er leider, äh, wööö wie ist denn gehen die Hunde denn weiter? wo bist du denn hingegangen? du musst quicken nein, der hat auf einmal Insta wieder gesucht wo du ausgehangen bist nein, der, du musst nur eine Karte mindestens haben, die die Farbe hat also soll ich, äh, soll ich, äh, ziehen bis man eine Karte hat, die man legen kann, äh, soll ich auch aktivieren, oder? ne ne? ne ach, du hast einen Stream-Wand ja, natürlich ja, geh mal rein äh, äh, UNO sie ist doch kein Grüne einfach im Top-Shelter da war noch ein zweiter, oder hast du sie selber like gegeben? ich hab keine Ahnung also eigentlich nicht, ne? hab so, du hast schon zwei likes und ich hab' nur nicht mal gelangt oh, diesmal zwei Bots das ist doch schon mal geil 2v2 ein wo, ach ja, wo ist denn Kassler? und ich hab' auch schon mal wieder heißen die für die anders? bei mir heißen sie Archie und Ringo bei mir Kassler und Moritz die Katze heißt Moritz oder Hund Kassler ich meine, ich spiel' auch auf Englisch, ok? vielleicht sind da die ja, glaub' ich nimm mir auch ja, glaub' ich nimm mir auch kassler eh, mach die bam Maschine he, Maschine Maschine wie die Motormaschine gut, die haben keinen Versuch das ist auch kein Versuch he he ich meine der eine hat jetzt einfach schon natürlich aber ich glaube es kannst du nicht natürlich natürlich was man ist und guck mal wie viele punkte die er mit dazu bekommen was der fack wie viel lack muss man denn haben zwei ich habe auch zwei mal die selbe kann was ist so ein scheiß ich habe zwei mir selbe kann und nicht mal eine ne junge lächerlich alter ja er hat auf jeden fall eine plus fünf sehr harte oder woher jetzt heißt die katze ja er hatte mehr als die hälfte von den karten das heißt ich musste aufnehmen ich hatte recht gut boots das ist das ist glaube ich wirklich nur wenn du bei eben der bei mir hatte nur eine davon hä dann habe ich keine ahnung wie viele karten hast du zubehaut ich glaube je nachdem wie viele karten er hat when you play this card you get to choose the color so it's the next player must draw two cards from und 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 die selbe gerade ja was soll ich jetzt mal keller zieht solch im richtungswechsel drücken und wir haben verloren jetzt ja natürlich du hättest aber auch keine neuen legen können das ist so lack der hat so lang dagegen die box zu spielen ist so krank und es ist eine aufgabe da musst du gegen die box spiel er wollte erst einmal haben nicht auf deren karten wird an die das kann sich an die das ist so viel zu Hause hat so dass er die katze hat keinen plus 5 soll ich flippen oder plus 1 doch die hast du noch da ja eine rote aussetzen karte meine rote aussetzen karte ist die eine rote aussetzen karte sieht man ja mein blau weiß ich nicht was es ist meine rote aussetzen karte ich hab die blaue ich kann einfach nicht anfangen das ist so er hat schon wieder nur zwei karte was ist das dann sage ich warum konnte ich kein uno challengen alles klar ich konnte nichts drücken warum ich verstehe es nicht wieso kann ich kein uno challengen oder anfordern wenn er es nicht gesagt hat und ich brauche es nicht verstehen oder lass doch mal normales so spielen in zwei gegen zwei oder da ist euch da jetzt draw to match reinstecken wie draw to match ziehen bis man eine passende karte hat ich hoffe die runde geht schnell warum hoffst du das nach der runde bin ich auf ah ok naja ich hoffe nicht dass sie bis 9 geht wieder in die hände gerotzt lebenszeit ergebnis 773 dazwischen legen meine lieblings ausgeregelt anzahl der zieh vier fahren weil karten eine anzahl der sieger ein ich habe keinen bock schon wieder gegen zwei bots zu spielen die wenn ja eigentlich schon drinnen wenn ich jetzt schlafe sind die bots drin weil halt kein anderer spieler mit dabei ist schade einfach wir können nicht leben das ist das na hier wieder hat diesmal ist es nicht der dieser heck alle ach doch der ist auch da luna als luna war ja auch so am hängen wie heißen die bei dir auch luna und schnee verstehe ich mich nicht du hast doch von allem nur eine karte ja du kriegst immer die doppelte anzahl von dem was er hat ich konnte auch drücken wo wir sagen hallo ist immer je nachdem wie viele er hat musst du anfächeln wenn du wenn er drei hat von der farbe der kriegst du sechs immer je nachdem wie viele er hat davon nein du bekommst immer sechs wenn du verkackst bekommst du sechs wenn du gewinnst muss er muss er ziehen ich glaube auch sechs schau dir jetzt auch was rein dankeschön du weißt schon dass ich jetzt dran bin das heißt dass ich auch nicht legen kann doch sie sind halt einfach scheiße bots haben immer die karten die sind der zählt sie in karten und ja dann hätte ich mal eine davon die 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 so nicht so vorne Meine Karten-Sidee, ich denke auch gar so. Was ist das für ein Scheiß? Oh no. Und ich bin wieder dran. Ja boin. Jo, ich hab ne 7-Kammer. Easy. Ich kann die einfach behalten. Ey. Nee. Deswegen steht da mal... Ach nee, bei 2 ist das hab ich nur mitbehalten. Mhm, das hab ich gerade aktiviert. Das ist nicht, dass du gezwungen bist zu spielen. Der hat jetzt schon wieder nur noch 4 Karten. Oh wait, der hat einen Zug gemacht bis jetzt. Rechnungswechsel? Ist mir scheißegal. Hauptsache Luna kommt nicht dran. Ja, okay. Oder er zieht einfach das auch gut. Ich muss jetzt jetzt plus 4 da einsetzen. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ich hab ihn gesetzt. Ja, moin. Mach mal die neuen, den blauen. Ja. Die Plus 4 hebe ich mich bis zum Schuppert auf. Außer du sagst mir wieder, dass ich... Uno. Super. ich kann jetzt alles sitzen ja und wenn er auf dich ne plus vier hauen ich kann die anfechten natürlich die beiden hätten jetzt so gewonnen dass die beiden jetzt einfach ihre karten das ist fast doppelte punktzahl haben wir jetzt wir haben über doppelte punktzahl ich habe schon wieder eine plus hier ich sehe es einfach schon dass ich hier da ist die europa zu suchen kranken kann das soll die watsch nicht spielen hau doch mal ne blau rollen 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 hau man sieht er hier hat irgendjemand in den chat geschrieben ne junge ich hab keine dings ich will die plus vier wieder aufheben oder ne jetzt kann ich anfechten grün dafür ist das nämlich gut ja idiot idiot ihr sieht auch gott die gab ja ok wird die älter war schon hier reingepfeffert die klein natürlich die wie viel will er mir noch eine verhören easy hau 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 du musst dir wünschen du musst dir wünschen du kannst nichts anderes ich wünsche dir einfach blau das geht nicht anders das ist halt das Ding ja er gibt dir einfach den Wind und uns fehlen 50 Punkte hab ich wieder ein plus 4? das wärs ne, ist noch nicht, ist noch eine scheiß Karte aber keine Karte die du hast keine einzige Karte ich hab auch gefühlt nur grüne auf der Hand jaaau, hau mir noch mal was rein ich fech das nicht an der safe hatte das eh nicht, aber plus 4 oh, ist egal, da hast du nur eine davon hast vielleicht was andere, genau nicht aussetzen sonst muss ich aufnehmen oder so, ok Maschine ey, die hab ich auch er weiß noch nicht wie ich auf gelb oder rot komm jetzt kommst du auf gelb aber wieso ich auf rot komm ist die Frage ist die Frage äh, gar nicht musst einfach eine Karte legen keine Aktionskarte oder doch vielleicht nicht der rot ja oder ja gelb weil das ich nicht darf oh mein Gott wir haben das Spiel einfach durchgespielt wir haben das Spiel einfach gegen die Bots durchgespielt er ist doch noch voll komplett verkackt aber egal ja diga, ok gut, ich geh jetzt aber auf mal machen das muss ich mein UNO-Spieleramt wenn Lea auch hat, ne oh ja, das wär witzig ja, und soweit Jochen wie online kommt gewinnen 20 T4 Farbwechsel Anfechtung ne, wahrscheinlich diga das müsste man denn als T mal machen wenn man mit anderen spielt dann die ganzen Trophäen fertig machen ja ja das müssen wir wirklich machen denn mit dem äh gewinnen in einem Spiel mehr als 700 Punkte dass man dann ich sag jetzt mal vier mal spielt mit vier Leuten eben halt der erste macht die erste Runde der zweite die und so dass man halt immer für den einen das fertig spielt und dann gewinnen jetzt den online spiel das kann man noch so das kommt nach einer Zeit aber das mit gewinnen 20 4 Farb Balkan Anfechtung hierherum oder nur ein ja ok das geht nicht nur eine Maschine die findet fünf gegen drei Computergegner ma schade aber fechte 15 mal erfolgreich vergessenes Bruno Ansagen hast du schon fünfmal oder so ne ja gut gut ich sag denen tschüss und warum ist das nächsten morgen morgen wahrscheinlich keine ahnung morgen vielleicht ja ok dann bis morgen vielleicht jo ciao schau u j u u u u Wir sehen uns beim nächsten Mal.